Und willkommen zu einer weiteren Folge Rocket Leaguer, heute diesmal. Wirklich ganz alleine, oder? Da kommt doch keiner mehr. Hoi! Ja, ich hab's gerettet, Leute. Oh, der der Beste. Hoi! Gehen fliegen! Oh, schade. Machst du den? Ja, fast. Das war knapp. Was ist aber eventuell? Er hat seine eigene Maid ausgespielt. Oh, oh ja, der geht. Der geht. Locker, easy. Das war locker, easy. Danke, schraube ich einfach nur. Was ein Tor. So mit einem kmh. Einfach reingerollt. Ich verteidige. Okay. Mach das. Hoi! Oh nein. Nein! Oh! Den kann er machen, den kann er machen, wenn er gut ist. Oder? Nein, shit! Den hat er gut gesaved. Den hat er richtig gut gesaved. Bin impressed wie noch nie zuvor. Nein! Oh nein, den krieg ich da. Geht der rein? Nee. Jetzt aber vielleicht. Ja, oder auch nicht. Oh, shit. Na, den haben wir immerhin beide verfehlt. So, komm, machen. Machen, Autobots. Genau so! Ja, Autobots! Ah, ja. Ach man, hätte ich mich damals nur so genannt. War ich das? Ja. Wird schon sagen, ey. Ich hätte ja völlig getroffen, aber da habe ich ihn getroffen. Gucken wir uns das nochmal an. Hoi! Das war ziemlich penetrant, der Schuss. Ich den ja immer dagegen gedrückt habe. Hä? Ui! Oh, Alter! Der fiel... Oh, der sich... Oh, ich dachte schon, er dreht sich richtig kacke. Das sah anfänglich echt nicht gut aus. Hat aber gut gerissen. Und das war ein nice Prank. Oh, ui, ui, ui. Wahrscheinlich, wir das schaffen werden, Leute. Nein! Nein! Oh! Sie haben es geschafft. Oder besser gesagt, sie haben es nicht geschafft. Oh, ja, nice. Meiner! Das war ein Tor. Das war ein Tor. Sorry, guter Pass. Nein. Schimpfwort, Schimpfwort, Schimpfwort. Ach, Leute. Die Recken war easy. So, jetzt noch ein Tor, bitte. Ha! Ich habe gewonnen. Oh, nein! Ach, shit! Lol! Lol, was war das denn für ein schlechter Fett? Nein, das ist kein Tor, oder? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Diese Tore sind einfach richtig, richtig... Schlecht. Also, das ist halt schlecht. In dem Sinn ist ja kein Tor schlecht, aber... Ich weiß nicht. Das sind die dreckigsten Bälle, die eigentlich... ...kommen können. Oder gemacht werden können. Pfi! Hä? Was hat der denn denn da nicht bekommen? Oh, nein! Halt ihn! Nein, der geht eh nicht. Oh, hey! Zack! Geht der rein? Komm schon. Ach, schade. Lol! Machst du denn? Nein, wo stehst du denn? Äh! Oh, nein! Oh, ich hätte den fast nicht bekommen. Der ist immer hochgebounced. Oh, nice! Okay. Wir hatten ihm einen geblockt. Nicht sehr nice. Zack! Und... Nein! Mit 500.000 kmh dagegen! Ist ja nichts gebracht. Komm, verlängere den bitte. Danke. Und... Easy. Get wrecked. Bitte, bitte gebt auf. Kommt schon. Bitte, surrendert doch. Und drückt das Tor weg. Leute, die hören die auf mich. Boah. Mit den Geräuschen bin ich noch glatt viel besser. Hol den dir! Ja! Nein! Shit! Ich hasse mein Leben. Mein Mate ist AFK oder DEFT einfach nur. Ich weiß es nicht. Oh, oh! Okay, er hat gedefft. Gut. Alles gut. Nein! Oh! Gott sei Dank, der ich bekomme. Oh, je, 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 je. Kriegst du den? Oh, ja, cool! Mach nochmal. Oh, er macht den einfach nochmal. Hört auf mich. Der hört... Der hört mal Videos. Komm, geh doch rein. Ach, scheiße. Das ist doch nicht... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Zack! Easy get saved. Lol, er hat gerade das Nitro bekommen. Lol! Wie geil! Ich war rückwärts. Mach gar easy. Oh. Ui, ui, ui. Den kriegt er. Verpisst die alle. Nein! Scheiße! Was war das denn? Was war das denn? Und sie kriegen einfach... Oh mein Gott. Die haben bisher zwei Tore gemacht. Und es sind aber zwei der selben Art. Wir sind gerade irgendwie beschäftigt. Und er kann einfach durchrennen. Das ist nicht gut. Also... Oh mein Gott. Wir gewinnen eh. Weil wir gut sind. Genau. Dreck mal ein Eigentor, ne? Ja, okay. Alter, jetzt nehme ich nur das weg. Na, danke. Und... Nein! Er ist auch hochgeflogen. Ah! Schnell! Okay, ich bin... Ich bin bereit. Den hat er bekommen. Jetzt kommt der andere. Shit. Ja, komm dann. Wo ich mir direkt das Nitro machen. Farruxia. Der nichts bringt, weil er reingeballert hat für sonst was. Hui! Ja! Den kriegt er. Oh, oder auch nicht. Ui, ui, ui. Nein! Oh, ein Save bekommen! Ja! Habe ich dir weggeklaut, du Opfer! Aber das musste ich auch tun, um den so grandios zu saven. Wow! Oh, Mann, ey. Aber zwar haben wir Nitro abgezogen. Nice. Oh, der geht. Der geht. Oh nein, der wäre rein. Der wäre ein bisschen schneller. Ach shit. Egal, die haben eh gewonnen. Easy life, easy win. War das? Gut. Und ja, ihr seht schon, ich habe meine Wertung ein bisschen zerfickt. Aber egal. Nächste Runde. Hi, für uns. Da sind wir schon in der Netzenrunde. Allerdings. Ui, ui, ui. Oh nein. Ach, komm schon. Allerdings diesmal in einem 1 vs. 1. mit einem ziemlich komischen Typen. Nein! Oh, da hat er mich, oh, da hat er mich ultra geprankt. Das war der Prank ist... Jahres. Genau wie das. Ich glaube, der ist davon ausgehangen, dass ich den nicht krieg. Hahaha. Da hat er sich vergeteilt. Kriegt er den? Ja, Tatsache. Shit. Lol. Nice prank, Manuel. Komm, mach du ihn. Oh, 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 oh. Shit. Oh, nice. Nice. Ich habe mir vorbeigekommen. Wie geil. Ja, das war nicht so nice von ihm. Aber der, wie er mich outplayed hat, war schon gut. Das muss ich ihm auf jeden Fall lassen. Das ist dann 1 vs. 1. Das ist 100 Mal anstrengender, finde ich. Da kommen nicht so geile Bälle zustande. Weil man sich eben nicht passen kann. Aber es ist schon lustig. Und, Tor? Nein. Oh, Mann. Habe ich denn nie Glück in meinem Leben? Ja, knapp. Du sagst es. Was war das denn, Alter? Ach, du kleiner Fratz. Zack. Boah, wie ich ihn weggerackt habe. Nein, shit. Er hat das... Nitro. Nein. Nein. Ja. Oh, ich habe es geschafft. Das Problem ist aber, er kann jetzt fliegen. Macht er aber nicht. Nein, ich fliege stattdessen. So eine verwurte Kacke. Er hat ihn fast versaut. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ein Tor. Na, egal. Drei Minuten haben wir noch. Zwei Tore müssen fallen. Beziehungsweise eins. Dann habe ich erstmal unendlich Zeit. Okay. Ja, das wird nichts. Aber klar. Oh, shit. Das wird aber dafür was. Oh, nein. Er hat ihn fast noch gesaved. Oh, nein. Oh, Mann. Okay. Drei Minuten zehn für zwei. Beziehungsweise drei Tore. Geile Sache. Okay. Nice. Oh, ja. Oh, der könnte ja... Ne, geht er nicht. Zack. War aber ein netter Versuch. Der wollte mich schon wieder richtig pranken. Und... Nice. Okay. Wow. So. Nur noch ein Tor. Oder zwei. Je nachdem, wie man sieht. Da habe ich easy gedreckt. Oh, nein. Den kriegt er vorher. Ja, gut. Oh, nein. So Welle sind so unfassbar schwer zu halten. Wenn man da erstmal in die... In die richtige... In den richtigen Winkel auch erkennen muss, wo der Ball hingeht. Ich meine ernst. Oder sein ernst, besser gesagt. Okay, den kriegt er. Den kriegt er auf jeden Fall. Aber nicht gut. Nicht gut. Zack. Und... Nein! Oh, ist doch nicht wahr. Wie ich ihn verkackt habe. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach, scheiße. Ja gut. Dann nur noch drei. Beziehungsweise vier Tore. Ich werde das doch gewinnen. Ich werde den jetzt gleich easy wegracken. Das ist alles mein Plan, Leute. Ja, genau. Ich dachte, der kriegt den niemals. Okay. Nice. Den habe ich gesaved. Nur kurz neuen Nitro holen. Und das wird kein Tor. Aber vielleicht das. Alter. Ist doch nicht wahr. Jetzt kann er sich den holen, oder was? Ja, nice. Oh, Mann. Ich bin zu behindert, um das Tor zu treffen. Tut mir leid. Vielleicht habe ich einfach nicht verstanden, wo das Tor ist. Schon mal da gedacht. So, jetzt aber bitte. Und geh bitte rein. Komm. Oh, danke. Und das war schon wieder ekelhaft knapp. Ekelhaft knapp. Ja, man kann es noch schaffen. Aber es wird immer ekliger. Je mehr Zeit verstreicht. Oh. Komm. Ja. Wie easy ich rege, Alter. Oh, ja geil. Noch ein Tor. In anderthalb Minuten. Das geht. Ich darf. Oh, leil. Schon wieder. In seine Richtung. Wie habe ich. Oh mein Gott, Alter. Wie habe ich das denn hingekriegt? Oh, danke fürs Anschubsen. Das ist sehr nett. Ich habe ihn nur ganz leicht bekommen. Und er hat ihn gar nicht bekommen. Ja, fuck. Jetzt hat er allerdings richtigen Vorteil. Was? Der hatte Nitro. Der hatte einfach richtig viel Nitro. Das gucken wir mal ganz kurz an. Falls man das sieht. Was ist der denn? Hä? Der Typ hat Alfanito. Ich verstehe es nicht. Na egal. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich nur noch ein Tor machen. Oder eigentlich nur verhindern, dass keins mehr fällt. Das reicht schon. Das gefällt mir schon mal nicht so. Deswegen machen wir jetzt einfach mal ein Tor. Komm. Du. Oh, du Sohn einer Mutter. Oh, ich bin fast zu stört. Cool. Nein. 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 Shit. Okay. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Match. Ich bin wieder im Zugzwang. Oh nein. In 40 Sekunden. Ich meine, das geht locker easy, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber... Oh ja. Ich habe es gesaved. Ich habe es gesaved. Ich habe es gesaved. Machst du den nochmal bitte? Hallo? Hä? Nein. Ich bin so ein Sohn einer... Oh. Hast du mich gerade? Hast du mich dafür? Dass ich den nicht reingemacht habe? Oh. Gesaved. Okay. Elf Sekunden. Elf Sekunden. Nein. Shit. Scheiße. 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 Und er kriegt noch... Nee. Er kriegt keins mehr. Und das wäre ein Tor. Oh mein Gott. Das wäre immer ein Tor gewesen, Leute. Das war ein krasses Match. Das war auf jeden Fall ein krasses Match. Gut. Ja. Dann heule ich jetzt eine Runde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bewertung im Part, Leute. Immer bewerten. Tschüss. Bis dann.